LRT, der Autotransporter von Pongratz. Seine kippbare Ladefläche misst vier mal zwei Meter und er ist in den Gewichtsklassen von 1,5 bis 3 Tonnen bestellbar. Der LRT ist wahlweise als Einachs- oder Tandemvariante ausgeführt. Serienmäßig beschützt das Fahrzeug einen Windenstand, einen Reserveradhalter und zwei Radstopper. Der Radstopper kann optional auch über die ganze Breite ausgeführt werden. Der Boden ist entweder offen oder optional mittels Sperrholz oder Aluriffelblech geschlossen. LRT, der Autotransporter von Pongratz.